Das war's für heute. Seltsam. Das sind Ork-Runen. Gul'dan schrieb sie, als er dieses Grabmal vor 20 Jahren erstmals öffnete. Was bedeuten sie? Offenbar hat er seine Reise durch die Tiefen des Grabmals dokumentiert. Anscheinend beschreiben diese Runen diese Geschichte. Rasch, ihr Narren! Schwärmt aus und sucht den Hauptdurchgang. Wir müssen die Kammer des Auges erreichen, bevor die Wächter des Grabmals erwachen. Rückgratlose Feiglinge! Ich sagte Bewegung! Nun, Sargeras, werde ich den Rest eurer Macht für mich fordern und diese elende Welt in die Knie zwingen. Man kann nie wissen, was Gul'dan und seine Lakaien an diesem finsteren Ort geweckt haben. Wir müssen vorsichtig sein. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Die Schuldigen werden leiden. Noch mehr untote Orks. Gul'dan führte sie blind in den Tod. Und immer noch dürsten sie nach Rache. Wir verleugnen hier unsere Zeit. Gerechtigkeit wird geschehen. Die Zeit ist gekommen. Meine Beobachterinnen sind bereit. Elidan ist irgendwo da draußen. Wir müssen uns puten auf Wachtpost an. Elidan ist irgendwo da draußen. Die Schuldigen werden leiden. Gerechtigkeit wird geschehen. Ich kann nicht mehr warten. Die Schuldigen werden leiden. Elidan ist irgendwo da draußen. Die Zeit ist gekommen. Das Ende rückt näher. Ich werde die Jagd beenden. Wir müssen uns sputen. Hört um, ihr Sterblichen. Niemand darf das Grabmal von Sargeras entweinen. Wie kann ich der Göttin dienlich sein? Wir verleugnen hier unsere Zeit. Aschal Terradas. Wir müssen uns sputen. Für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wird geschehen. Ich warte auf euch. Ihr seid am Zug. Die Jagd wartet. Auf euer Zeichen. Schön und gut. Es hat er gerade geschworen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Ich kann nicht mehr warten. Die Jagd wartet. Wir müssen uns sputen. Die Zeit ist gekommen. Die Schuldigen werden leiden. Aschal Terradas. Ich warte auf euch. Viel zu leicht. Die Jagd wartet. Gerechtigkeit wird geschehen. Das Ende rückt näher. Für Gerechtigkeit. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Ich kann nicht mehr warten. Der Mond scheint auf die Schuldigen und Unschuldigen gleichermaßen. Auf euer Zeichen. Fertig. Kein Wort mehr. Die Jagd wartet. Das Ende rückt näher. Elidan ist irgendwo da draußen. Ich werde die Jagd beenden. Ich kann die Stimmen unserer Gefährtinnen auf der anderen Seite dieser Barriere hören. Wenn wir sie zerstören, können sie hereinkommen. Und uns bei der Jagd nach Elidan helfen. Mein Weg ist frei. Sofort. Mein Weg ist frei. Natürlich. Wir müssen uns sputen. Ich kann nicht mehr warten. Ich kann nicht mehr warten. Die Zeit ist gekommen. Ich werde die Jagd beenden. Ich kann nicht mehr warten. Die Schuldigen werden leiden. Ihr seid am Zug. Ein Schuss, ein Treffer. Gerechtigkeit wird geschehen. Ich werde die Jagd beenden. Die Jagd beenden. Ich kann nicht mehr warten. Wir müssen uns sputen. Gerechtigkeit wird geschehen. Die Jagd wartet. Das ist ein Stück von Gul'dans Schattenkugel. Er muss sie versehentlich zerbrochen haben. Wenn wir die anderen fehlenden Stücke finden, könnten wir die Kugel wieder zusammensetzen und ihre Macht nutzen. Die Zeit ist gekommen. Die Schuldigen werden leiden. Ich werde die Jagd beenden. Gerechtigkeit wird geschehen. Das Ende rückt näher. Meine Kraft gehört euch. Ich mache kurzen Prozess mit ihnen. Für die Beobachterinnen. Gerechtigkeit wird geschehen. Wir vergoldern hier unsere Zeit. Die Jagd wartet. Ich kann nicht mehr warten. Für Gerechtigkeit. Das Ende rückt näher. Für die Beobachterinnen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Gerechtigkeit wird geschehen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Die Jagd wartet. Gerechtigkeit wird geschehen. Wo soll ich zuschlagen? Wo soll ich zuschlagen? Meine Kraft gehört euch. Zu den Waffen. Anodom. Wir müssen uns sputen. Ich kann nicht mehr warten. Wo soll ich zuschlagen? Sofort. Ich bin los. Ich bin los. Gerechtigkeit wird geschehen. Ich werde die Jagd beenden. Für Gerechtigkeit. Die Jagd wartet. Das Ende rückt näher. Die Schuldigen werden bleiben. Wo soll ich zum Schlag? Andodora. Wir vergolden hier unsere Zeit. Das Ende rückt näher. Ich kann nicht mehr warten. Die Schuldigen werden leiden. Das Ende rückt näher. Ich kann nicht mehr warten. Das Ende rückt näher. Die Zeit ist gekommen. Das Ende rückt näher. Das Ende rückt näher. Ich kann nicht mehr warten. Gerechtigkeit wird geschehen. Das Ende rückt näher. Das Ende rückt näher. Die Schuldigen werden leiden. Die Jagd wartet. Gerechtigkeit wird geschehen. Wir müssen uns sputen. Ich bin wach. Ich bin wach. Elidan ist irgendwo da draußen. Gerechtigkeit wird geschehen. Das Ende rückt näher. Meine Kraft gehört euch. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Auf euer Zeichen. Wir müssen uns sputen. Ich kann nicht mehr warten. Das Ende rückt näher. Die Zeit ist gekommen. Das Ende rückt näher. Die Zeit ist gekommen. Die Schuldigen werden leiden. Ich kann nicht mehr warten. Das Ende rückt näher. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Die Jagd wartet. Ich werde die Jagd beenden. Da. Noch mehr von Gul'dans Hieroglyphen. Interessant. Sie führen die Geschichte des Hexenmeisters fort. Verfluchte, hirnlose Spechlinge. Wahrscheinlich sind inzwischen alle tot. Dennoch muss ich weiter. Meine Macht allein sollte ausreichen, dass... dieses Gelächter. Seid ihr das, Sargeras? Wollt ihr mich verspotten? Mal sehen, wer zuletzt lacht, Dämon, wenn ich euer brennendes Auge für mich beanspruche. Wieder erwähnte er ein rätselhaftes Auge. Was mag das sein? Zweifellos ein Artefakt. Es muss eine ungeheure dämonische Macht besessen haben, das es Gul'dan so anlocken konnte. Die Zeit ist gekommen. Aschal Teradaz. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Ich bin die Klinge der Göttin. Die Jagd wartet. Elidan ist irgendwo da draußen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Hier nicht nur entspucken. Ich werde die Jagd beenden. Gerechtigkeit wird geschehen. Sofort. Anudora. Euer Mana ist erschöpft. Mein Weg ist frei. Die Jagd wartet. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Die Schuldigen Seltsam. Eine Statue von Asara, der großen Königin alter Zeiten. Sie führte unser Volk ins Verderben, als sie mit Sargeras und der brennenden Legion gemeinsame Sache machte. Aber ich entsinne mich nicht, dass sie je einen Schwanz hatte. Sie sieht mehr wie eine Naga als eine von uns aus. Könnten diese schändlichen Schlangen einen Grund haben, unsere Königin zu verehren? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber ihr Bildnis lässt mich frösteln. Ich werde die Jagd beenden. Die Jagd wartet. Wir müssen uns sputen. Unsere Zeit ist knapp. Euer Mana ist erschöpft. Wir verleugnen hier unsere Zeit. Die Jagd wartet. Wir verleugnen hier unsere Zeit. Ich warte auf euch. Gerechtigkeit wird geschehen. Auf euer Zeit. Wir verleugnen hier unsere Zeit. Ich kann nicht mehr warten. Die Zeit ist gekommen. Ich kann nicht mehr warten. Ich kann nicht mehr warten. Die Zeit ist gekommen. Gerechtigkeit wird geschehen. Die Schuldigen zerstört diese Barriere, damit die Streitmacht draußen zu uns stoßen kann. Fastet mein Spiel. Werden wir erobert? Wir müssen uns sputen. Die Zeit ist gekommen. Elidan ist in Position. Irgendwo da raus. Auf Waffe. Die Jagd wartet. Zeig den Weg. Gerechtigkeit wird geschehen. Sofort. Mein Weg ist frei. Anodora. Die Jagd wartet. Elidan ist irgendwo da draußen. In Position. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Das Ende rückt näher. Gerechtigkeit wird geschehen. Meine Kraft gehört rein. Was ist denn mit der Natur? Viel zu. Die Energie ist spüren. Und. Wollen wir es spüren? Elidan ist irgendwo da draußen. Wollen wir es nicht sucedieren? Das wird so schwer. Ein Grund. Vielleicht wird die Chance. Aber ein Ein Georges hat blanzt. sofort die jagd wartet elidan ist irgendwo da draußen werden wir erobert für die bäume wir vergeuden hier unsere zeit gibt es ärger auf euer zeichen hallo die jagd wartet ich werde die jagd beenden die schuldigen werden leiden ich kann nicht mehr warten elidan ist irgendwo da draußen das ende rückt näher für die beobachterinnen für gerechtigkeit ich kann nicht mehr warten wir vergeuden hier unsere zeit die schuldigen werden leiden wie kann ich der göttin dienlich sein es soll geschehen elidan ist irgendwo da draußen ich kann nicht mehr warten die zeit ist gekommen ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr um Zeit. Macht schnell. Ich habe keine Furcht. Die Jagd wartet. Wir vergolben hier unsere Zeit. Die Zeit ist gekommen. Die Jagd wartet. Gerechtigkeit wird geschehen. Das Ende rückt näher. Die Zeit ist gekommen. 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 Die Zeit wird geschehen. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit sind gekommen. Was ist das, was wir tun? Ich werde die Jagd beenden. Die Jagd wartet. Ihr seid weit genug gekommen, kleine Wächterin. Euer berühmtes Nachtelfenrecht hat hier keine Gültigkeit. Was wisst ihr schon von unserem Recht, Naga-Hexe? Oh, meine Teuerste, wir Naga waren einst Nachtelfen. Wir waren Azharas Erwählte, die Hochwohlgeborenen. In das grausame Meer verbannt, als der Brunnen der Ewigkeit um uns implodierte. Unmöglich. Verflucht, verwandelt. Wir haben 10.000 Jahre darauf gewartet, unseren rechtmäßigen Platz auf der Welt wieder einzunehmen. Und das werden wir nun mit Lord Illidans Hilfe. Nur über meine Leiche. Euer Mut ist bewundernswert, wird euch aber nichts nützen. Wir müssen uns sputen. Natürlich. Ich mache kurzen Prozess mit Ihnen. Wir verdrücken hier unsere Zeit. Ich bin wartet, ich bin bei euch. Wo soll ich zutschlafen? Hallo, Lord. Oh, natürlich. Ich bin bei euch. Sofort. Natürlich. Die Jagd wartet. Die Schuldigen werden leiden. Ich kann nicht mehr warten. Wir müssen uns sputen. Spuren legen. Gerechtigkeit wird geschehen. elidan ist irgendwo da draußen das ende rückt näher ich kann nicht mehr warten die schuldigen werden leiden ein weg ist frei natürlich wo soll ich zuschlagen natürlich elidan ist irgendwo da draußen zerstört diese barriere damit die streitmacht draußen zu uns stoßen kann die jagd wartet die zeit ist gekommen wir müssen uns sputen das ende rückt näher ich werde die jagd beenden wir werden hier unsere zeit gerechtigkeit wird geschehen wir werden unsere zeit ich kann nicht mehr warten wo soll ich zuschlagen wir müssen uns sputen wir verleuden hier unsere zeit elidan ist irgendwo da draußen für die beobachterinnen für gerechtigkeit ich werde die jagd beenden ich kann nicht mehr warten ich werde die jagd beenden für die beobachterinnen das ende rückt näher die zeit ist gekommen unsere zeit ist knapp wir vergräuden hier unsere zeit ich kann nicht mehr warten raus damit gerechtigkeit wird geschehen euer befehl wir müssen uns sputen die jagd wartet meine kraft gehört euch nicht meine beobachterinnen sind unsere zeit ist knapp sofort wir verborgen hier unsere zeit gerechtigkeit wh напр operates die lige denn ich weiß nicht das ende rückt näher das ende rückt näher das enden rückt näher die die eine d الن ist irgendwo da draußen die zeit ist gekommen Anodora, mein Weg ist frei. Die Jagd wartet. Ich bin wach. Gerechtigkeit wird geschehen. Das Ende rückt näher. Ich werde die Jagd beenden. Die Schuldigen werden klein. Ich bin die kommende Göttin. Wir vergolden hier unsere Zeit. Die Zeit ist gekommen. Wir müssen uns sputen. Aschal Teradas. Gerechtigkeit wird geschehen. Das Ende rückt näher. Seht, Herrin, noch mehr von Gul'dans Glyphen. Ja, Gul'dans Bericht wird zunehmend verzweifelter. Hier steht... Hinterhalt der Wächter. Ich sterbe. Hätten meine Diener mich nicht verlassen, wäre das Auge mein und... Verdammt, Sargeras. So gebe ich mich nicht geschlagen. Ich bin Gul'dan. Ich bin die Inkarnation alles Finsteren. Ich kann nicht so enden. Weiter kam er nicht. Die Runen hören einfach auf. Ich kann mir kaum vorstellen, was Gul'dan in seinen letzten Augenblicken grauenhaftes durchmachen musste. Die Jagd wartet. Wir müssen uns sputen. Die Schuldigen werden leiden. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Wir müssen uns sputen. Gerechtigkeit wird geschehen. Die Schuldigen werden leiden. Elidan ist irgendwo da draußen. Ich kann nicht mehr warten. Wir müssen uns sputen. Die Schuldigen werden leiden. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Gerechtigkeit wird geschehen. Elidan ist irgendwo da draußen. Die Zeit ist gekommen. Gerechtigkeit wird geschehen. Das Ende rückt näher. Elidan ist irgendwo da draußen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Gerechtigkeit wird geschehen. Die Schuldigen werden leiden. Das Ende rückt näher. Die Schuldigen werden leiden. Die Zeit ist gekommen. Ich kann nicht mehr warten. Endlich. Das letzte Stück der Schattenkugel. Nun nutzen wir Gul'dans eigenes Artefakt, um herauszufinden, was ihm nicht gelang. Ich werde die Jagd beenden. 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 Ich bin nicht gelang. Ich werde die Jagd beenden. Natürlich. Die Jagd wartet. Die Schuldigen werden leiden. Wir vergolden für unsere Zeit. Illidan ist irgendwo da draußen. Ich höre dunkles Flüstern hinter diesem Tor. Das könnten Illidan und seine Handlanger sein. Das Ende rückt näher. Wächterin Shadowsong. Ihr habt es endlich geschafft. Ich wusste es. Ihr müsst für vieles bösen, Illidan. Ich bringe euch in eure Zelle zurück. Naivität passt nicht zu euch. Als ich die Macht von Gul'dans Schädel absorbierte, erbte ich auch seine Erinnerungen, besonders die an diesen Ort und an den dunklen Preis, den er begehrte. Ja, die Macht von Sargeras. Ihr wolltet sie für euch haben. Diese Macht ist unerreichbar für mich, kleine Wächterin. Das Auge von Sargeras enthält alle Macht, die ich brauche, um diese elendige Welt ein für allemal von meinen Feinden zu befreien. Welche Ironie, dass ihr das erste Opfer seid. Ihr seid wahnsinnig. Einsamkeit kann den Verstand zerstören. Da ihr mich lange Jahrhunderte in der Dunkelheit angekettet habt, ist es nur rechtens, dass ich euch ebenfalls begrabe. Verdammt, ich muss zu Shandos Stormrage und ihn über den Verrat seines Bruders informieren. Mit meiner Macht kann ich entkommen. Doch ich fürchte, für euch anderen gibt es keinen Weg hinaus. Geht, Herrin. Die Göttin wird uns den Weg ins Jenseits erhellen. Ich werde euch nie vergessen, meine Schwestern. Ihr sollt gerecht werden. Ich schwöre es. Nun aber muss ich einen Weg hinausfinden, bevor dieses Verfluch der Grabmal im Meer versinkt. Ich werde die Jagd beenden. Das Ende rückt näher. Die Zeit ist gekommen. Ich werde die Jagd beenden. Ich werde die Jagd beenden. Die Schuldigen werden leiden. Das Ende rückt näher. Ich kann nicht mehr warten. Ich werde die Jagd beenden. 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 Die Zeit ist gekommen. Ich werde die Jagd beenden. die zeit ist gekommen die schuldigen werden ich werde die jagd beenden die zeit ist gekommen die schuldigen werden ich kann nicht mehr warten ich werde die jagd beenden ich kann nicht mehr warten die schuldigen werden die schuldigen werden ich kann nicht mehr warten die schuldigen werden leiden die schuldigen werden